Darf ich vorstellen? Unser Auto. Alter, du bist so fertig mit der Welt. Da braucht man jetzt halt ein bisschen Fantasie. Fanta was? Fantasie. Cola, du Fantasie. Wir setzen uns einfach mal in dieses Auto hinein. Die Tür war zu. Fantasie. Steig noch mal ein. Du musst aber tiefer runter. Warum muss ich tiefer runter? Das ist ein Porsche. Schaut bestimmt gescheuert aus. Setz dich hin. Tür zu. Klack, klack. Ich werde dir jetzt erst mal erklären, wo alles ist. Wo ist das Lenkrad? Das Lenkrad ist direkt hier vor dir. Das ist ein Kettkarten. Pedale. Hier außen ist Gas. In der Mitte ist die Bremse. Hier drüben ist die Kupplung, ja? Drei Pedale, zwei Füße. Das ist was falsch. Okay, ich nehme nur Bremse und Gas. Was ist mit der Kupplung? Die ist weg. Warum ist die weg? Das ist ein Automatikauto. Fantasie. Dann haben wir hier in der Mitte, das ist auch noch wichtig, die Handbremse. Die ist jetzt momentan noch angezogen. Ja, es macht die sich später noch nackig. Wie geil ist das denn das Treppen der Handbremse? Und dann geht's. Tschüss. Ich bin hier in der Mitte. Ich bin hier in der Mitte.